Zum Fußballspielen braucht man keine Arme. Das ist der Witz dabei. Keine Arme, keine Hände. Brauchen Sie Hilfe? Nein, danke. Hi Steve! Hi Seth! Wie gesetzt dich? Soll ich wirklich keine Pannenhilfe herbeihörden? Nein, danke. Ich komme zu Recht. Ja, das sehe ich. Tja, die Kiste springt nicht an. Der Motor ist abgesoffen. Sie sind also nicht nur Kinderpsychologe, sondern auch Automechaniker. Ein wahrer Tausendsasser. Wirklich unglaublich. Naja, Sie sollten mich erstmal tanzen sehen. Nein, lieber nicht. Ich will ja auch nicht unbedingt Ihnen helfen, aber sehr. Sie sollten den Anlasser jetzt mal für eine Weile in Ruhe lassen und dafür das Gaspedal ganz durchtreten. Dann zählen Sie in Ruhe bis drei, schon wird er anspringen. Na los. Wer sagt's denn? Hey, zu Ihrer Information, ich hab nur bis zwei gezählt. Ja.